Bis ich auf dem Velo gehe, braucht es Überwindung. Manchmal braucht es auch Druck, wegen dem Wetter, wegen meiner Stimmung. Aber wenn ich dann drauf bin, ist es eine Minute, dann läuft es. Dann bin ich in diesem Film von Freude, von Abenteuer. Und ich verliere mich voll in dem. Und ja, dann bin ich dann wirklich eins mit dem Velo. Ich habe das Travel Velo gewählt, weil es ähnlich ist wie ein Renovat vom Hocken und vom Fahren. Und natürlich die Optik. Ich denke, es sieht super geil aus. Ein Renault mit dicker Plan. Und mit diesen Taschen, wenn ich noch etwas einkaufen muss, kann ich die Taschen vornehmen, wo das wichtigste Zeug drin ist. Das andere lasse ich dran. Es ist wirklich Freiheit, Unabhängigkeit. Und das Zeug ist so gut und wasserdicht, da kannst du dich drauf verlassen. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, alle sind fit und munter. Die Gäste war super, alles gut gelaufen. Vielen Dank für den Einsatz. Wichtig als Teamleiter ist wirklich, der Knotenpunkt zu sein für mein Team. Dass sie auch zu mir kommen können, wenn irgendetwas ist. Eine Frage, ein Anliegen oder ein Problem. Ich bin aber darum zu schauen, dass die Wärtsstraße gut läuft, dass auch das Ladeteam funktioniert. Welo Plus ist für mich ein fortschrittlicher Arbeitgeber. Ganz klar am Puls von Zeit. Er ist ökologisch, er ist nachhaltig. Es ist eine Ehre hier zu arbeiten. Ich bin immer wieder auf den Schritt. Ich bin immer wieder auf das Jahr an der Velo. Denn du kannst die Wärtsstraße auch nutzen. Ich bin immer wieder auf der V 밤. Ja, der Velo ist eben meine Freundin der Punkt, den ich am liebsten habe. Und der das am meisten gibt. Und ja, jeder der Velo fährt, der weiß genau, wie ich es meine. Es ist Leidenschaft, es ist Freude, es ist Leben, es ist alles. Mein Name ist Ivan und ich arbeite seit 2020 beim Melo Plus.